Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Es schneit, wir sind im Januar. Und das heißt verkaufen, verkaufen, verkaufen. So, als erstes kümmere ich mich immer um meine Tiere. Kühe, die brauchen wieder Futter. Ah, Milch ist schon wieder voll. Ich kann nicht so viel Milch verteilen. Aber Wasser ist frei. Okay. Hühner. Glücklich. Glücklich. Da werde ich noch Getreide auffüllen. Schweine. Glücklich. Ähm, 1200er Schweine bei? Nö. Aber 1062er, naja gut. Dann Fabriken. Hier, guck mal hier. Ja, wobei, da kann ich, da kann ich jetzt überall Milch reinschmeißen. Okay, ich probiere mal, ob der große Tank funktioniert. Gib mir mal einen Trecker. Wo ist der Trecker? Wo ist der Trecker hin? Nehme ich den hier. So, dann stelle ich den Trailer jetzt gleich hier ab. So. So. Und. So. Der ist leer. Okay. Befüllungsstart. Ach, jetzt geht's automatisch. So ist Stopp. Interessant. Warum geht's hier automatisch und beim Wasser ging es gestern, äh, quer durcheinander? Warte mal, was macht er jetzt, weil er voll ist? Voll. Interessant. Okay, irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht, oder? Richtig. 160.000 Milch habe ich hier noch drin. Milch wird hier nicht angenommen, ja, weiß ich. Da soll ja auch keine Milch hin. So. Die Milch muss hier hin. Und da kann ich jetzt, ich meine, wenn ich 30, äh, 160.000 habe, dann kloppe ich hier jetzt so 30.000 rein. Bei 3, 6, 9, 12, da wäre maximal 120.000 los. Wobei. Da passen ja 100.000 Milch rein. Ha. Cool. Ich packe erstmal überall in vollen rein. So. Da muss ich natürlich schauen, während ich das mache, muss ich schauen nach Verkaufen. Hier. Mein schlauer Zettel sagt, wir fangen an mit der Butter. Butter, Butter, Butter. Wo ist der Butter? Da. Januar. 1761. Johnson's Farmers Market. Okay. Warte mal. Wie viel Butter habe ich? Wie viel Butter hat ich? Wie viel Butter hat ich? Hm. Da. Halt. Hier. Da. 47 Paletten. 30 kriege ich unter. Okay. Okay. So. Du füllst bitte auf. Und ich werde dich da rankoppeln. Das heißt, der Unimog kann Pause machen. So. Stopp. So. 16. Oh. Ach so, ich kriege 36 unter. Nicht? Ja, ja, alles klar. So, STRG 1. Hier mache ich jetzt rein. 16, wa? Und hier kommt 20 rein. Ach so, warte. Erst einschalten. Und dann auslagern. 20. Ach, der steht doch auf Rundballen. Ähm. Und 2,30. Da fehlen noch 12. Ha, da passt das doch. Es passt. Sehr gut. Oh. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht da drüben rüberfahre. Sonst werden die gleich wieder eingesammelt. So. Du fährst bitte nach Johnsons Farmer's Market. Ach so, du musst auf die Paletten rüber. Tschüss. So. Und ich wollte mich um die Milch kümmern. Nein? Ja. So. Was haben wir jetzt? 896.000. Sehr gut. Dann werde ich die Milch mal hier rüberpacken. Ja. Jetzt. Okay. Erdbeeren sind rum. Oh. Oh. Warte. Mist. Der Trailer ist unterwegs. Wo ist mein Unimog? Da. Hol mal den zweiten Trailer. Wir brauchen Erdbeeren. Werden die Erdbeeren verkauft? Die Erdbeeren werden verkauft, wa? Erdbeeren. Warte, warte, warte. Da. Januar. Na ja, Februar. Ach, die, die fahren wir noch schnell rüber. Die Geduld haben wir. Müsste nicht eigentlich die Bäckerei auch, ähm, Erdbeeren nehmen? Oder hat die genug? Die macht doch daraus Kuchen, wa? Die ist voll. Ey. Oh, 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 oh. Das will ich sehen. Komm, wo ist die Maus? Ah. Jetzt hat die in dem Schnee treiblich gefunden. 967.000. Ach komm, da geht noch was. Ich hole schnell die Erdbeeren. Und dann gucken wir mal schnell bei Johnson's Farmers Market. Ob der wirklich alles verkauft hat. Aber glaube ich nicht. So. So. Du wirst bitte die Erdbeeren auslagern. Und ich werde... Ach, gucke mal. so. Fertig. ist Palettenlager. Tschüss. Und ich muss zusehen, dass ich den Unimog vom Palettenlager wegkriege. So. Gut. Das Thema wäre dann auch gegessen. So, die fährt es mal schnell zum Zusatzlager. Zack. Thema erledigt. Gut. Ähm... Was wird noch verkauft? Kuchen. Milch kann auch verkauft werden. Was zahlen die mir für Milch? Ja, im Januar. Okay. So, Brot. Januar. Kuchen. Januar. Käse. Januar. Butter. Ach so, die ist gerade zusammengebrochen. Die ist gerade zusammengebrochen. Alles klar. April. Januar. Honig. Tomaten. Januar. Februar sogar. Schokolade. Januar. Januar. Okay. Da sind wir durch. Gülle. Gärreste. Natürlich. Nirgendswo. Genau. Da sind wir durch. Dann würde ich sagen. Fahren wir. Ja, was heißt fahren? Gehen wir jetzt in den Februar. Und dann verkaufen wir da den Rest. Erst dann machen wir da die Milch zu Ende. Ah, der Truck ist angekommen. Der bleibt da gleich stehen. Und ich fülle weiter die Milch auf. Ähm, hier. Wo sind sie? Wo sind sie hier? 70.000. Ja, alles im Lot. Ah, okay. Die brauchen im nächsten Monat wieder Wasser. Hier wird kein Milch angenommen. Ich weiß. Will ich auch gar nicht. Ich meine, was ist das für eine idiotische Idee, Kühe mit Milch zu füttern? Also, ausgewachsene Kühe. So, was macht man nicht. So. Stopp. Ah, er macht schon. Okay. Und dann noch die da hinten. Sehr gut. Ähm. Richtig. So. Dich brauche ich im nächsten Monat. Aber erst mal drehe ich jetzt wieder meine einsame Truhe. Da hätte ich eigentlich den Trailer dran lassen können, weil... Ist ja immer mehr, als der hier aufladen kann. So. Zack. So. Einmal Honi, bitte. Ach so. Mach'n ja schon 14. Sehr gut. So. So. So, sammle die auch ein. Ach, weißt du was. Ja, ist zu... Zu weit weg. Muss er von dir machen. Und? Nehmt ihr die nicht? Jetzt. Jetzt. Okay. Ja, die stand im einen, äh... Zentimeter zu nah an der Tür. Dann trägt er die nicht mehr rein. So. 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 War's das? War's das? Stehen hier noch Erdbeeren draußen? Nein. So. Dann... Noch einmal Milch und dann sind wir fertig. Wo ist meine Milch? Hier. Tiere hatten wir aufgefüllt. Die braucht man... Also, die hat beim letzten Monat aufgeführt. Die brauchen jetzt eigentlich, glaube ich, nichts mehr. Ich gucke noch mal. Und dann... Doch, die Schweine brauchen noch Futter. So. Zack. ja genau die brauche noch futter ja auch guck mal die mich ist immer noch viel zu viel milch wo verkaufen die die milch bäckerei molkerei molkerei ist mein eigener war ja genau so ich würde sagen wir lassen das die schweine halt noch durch monat und wir springen einfach in den februar oder ich fühle die schweine jetzt auf genau wir sind dann am nächsten monats anfang im februar klingt auch gut so genau ich wollte ich haben so schweine futter so so start ok so sag gut wasser dass er das reicht noch mehr kriegt ich kann auch noch milch rein Da muss auch noch Milch rein. Alles klar, wir drehen noch eine Milchrunde. Schon dafür hat sich der große Container gelohnt. Der ist zwar ein bisschen tricky mit dem Ein-und-Ausladen, aber... So muss ich die 100.000 Mal fahren. Stopp. Wo ist meine Milch da? Okay, da fahren wir nochmal Milch zur Bäckerei. Und dann war es das. Dann sind wir mit allem durch und sind morgen im Februar. Dann ist vielleicht sogar die Silage fertig. Dann können wir unsere WGA wieder auffüllen. Oh, das hat ein Spaß. Und 977.000. Das heißt, ich bin morgen wieder über die Millionen rüber. Wenn ich die Erdbeeren und Tomaten und die ganzen Zirkus verkaufe. So. Okay. Und... Das war's. So. So. Die lade ich jetzt in den Schlag ab. Wo ist die Bäckerei? Da. Alles klar. Und rückwärts. Rein hier. Ach, sieht er, jetzt macht es sich automatisch. Hey, so würde ich jetzt von hier aus sagen. Ich danke fürs Zuschauen. Danke für... Okay. Weißt du was? Dann lass das hier stehen. Ich koppel den... Ach so, warte, warte, warte. So. Ich muss den abkoppeln. Halt. So. Genau. Und im nächsten Monat gucke ich mal, ob der dann hier ab... nachgefüllt hat. Kann ich das sehen hier? Tatsache. 24.500 sind drin. Okay. Dann sage ich jetzt von hier aus, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem... See you later. See you later.